Hallo meine lieben Kuhn-Süßen-Verrücken und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir müssen uns echt ein neues Intro einfallen lassen. Also dieses Hallo meine lieben Kuhn-Süßen-Verrücken nervt mich jetzt so langsam. Ob fährt doch einfach nur Hallo meine Lieben reicht. Ich wollte heute eigentlich einen Vlog drehen für euch, aber ich habe gestern ein Bild gepostet nach unserem letzten Videodreh. Das hat unerwartet einen mega Shitstorm ausgelöst und einige Kommentare sind echt richtig heftig und unter der Gürtellinie, dass ich mir dachte, okay, vielleicht sollte ich mal darauf eingehen und vielleicht sollte ich einfach mit euch zusammen die Kommentare durchgehen und meine Meinung dazu sagen. Und zwar geht es um dieses Bild. Es ist mega harmlos, es ist eigentlich gar nichts dabei. Zumindest nicht so schlimm, dass man sich hätte irgendwie einen Shitstorm darunter vorstellen können. Und geschrieben dazu habe ich, was du denkst, bist du. Was du bist, strahlst du aus. Was du ausstrahlst, ziehst du an. Ein Zitat von Buddha. Mit dem Herrschiff dazu, love yourself, good vibes und so weiter und so fort. Und die ersten Kommentare, die ich bekommen habe, in den ersten Minuten waren alle regelrecht positiv. Aber dann ging es irgendwann los und ich dachte mir so, warum? Love yourself passt null. Da du dir deine Brüste machen lassen hast, würdest du den Spruch leben, hättest du dich so akzeptiert, wie du bist. Denn ständiges Brüste zeigen ist auch einfach nur lächerlich. Ich glaube, da hat jemand dieses love yourself nicht so ganz verstanden. Ich meine, es ist eigentlich so, dass man Dinge machen sollte, die man selbst will. Nicht für irgendjemand anderen oder nicht, weil man das bei irgendjemand gesehen hat. Und ich weiß einfach, wie meine Brust ausgesehen hat. Und es waren wirklich nur Waschlappen. Es war keine Brust mehr zu sehen, besonders nicht nach dem zweiten Kind. Also nach dem ersten Kind sah es schon echt furchtbar aus. Nach dem zweiten Kind war es der Horror. Ich hätte mich niemals so akzeptieren können, denn selbst wenn ich ein BH angehabt habe, es hat rübergequollen, weil einfach nichts mehr da war. Es war nur noch Haut. So, deswegen habe ich sie mir... Deswegen habe ich sie mir machen lassen. Ganz ehrlich, Leute, ich liebe meine Brüste. Es ist halt einfach so. Und ich will das auch nicht verstecken. Ich liebe meine Brüste und... Ich glaube, Love Yourself wird einfach jeder anders auffassen. Aber für mich ist es halt einfach so, dass ich aufgehört habe, andere Leute anzugucken und versuche so zu sein wie die. Sondern ich bin ich und das, was ich gut finde, das mache ich. Wenn ich heute Bock habe auf eine Diät, dann habe ich heute Bock auf eine Diät. Dann mache ich es, weil ich gerade darauf Bock habe. Weil mein Bauchgefühl das gerade sagt. Wenn ich morgen darauf keinen Bock mehr habe, dann habe ich morgen keinen Bock mehr drauf. Dann ist es einfach so. Einfach billig, wie du immer versuchst, deine Felgtippen zu zeigen. Ben, vielen lieben Dank für deine ehrlichen Worte. Ich kann leider dem nicht zustimmen. Also, ja, ich zeige Ausschnitt, aber ich stehe nicht oben ohne da und mache nur so. Also, ich habe immer noch was an. Meine Lippe sind immer noch bedeckt. Und ich glaube, auf dem Foto, wo du es kommentiert hast, hat es leider gar nichts damit zu tun. Irgendwie. Anhand dem Bild von September sieht man leider sehr gut, dass du deine Brüste ziemlich hochgeschnallt hast. Weil normal im Alltag und so weiter ist dein Ausschnitt auch nie direkt unter der Achsel, sondern weiter unten. Das völlig normal ist. Aber anscheinend stehst du nicht dazu. Hä? Im September habe ich meine Brüste noch nicht so zur Schau gestellt. Ich muss euch ja ganz ehrlich schon mal sagen, ich habe mich mal wieder, wie des Öfteren, ein bisschen verändert in der Zeit. Ich denke halt unglaublich viel nach. Und ich bin ein Mensch, der immer so handelt, wie sein Bauchgefühl es vorgibt. Also ich möchte immer das machen, was mein Bauchgefühl sagt, damit ich einfach auch glücklich bin. Aktuell ist es halt einfach so, dass ich halt an Gewicht verloren habe. Und ich einfach, ich war schon davor glücklich. Aber jetzt bin ich irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch erklären soll, ohne dass ihr schon wieder irgendeinen Schützton drunter schreibt. Aber ich liebe gerade aktuell unglaublich meinen Körper. Und ich finde auch nichts dabei, wenn man sich als Mutter irgendwie ein bisschen offenherziger präsentiert. Ich bin immer noch nicht nuttig oder schlampig, sondern ich zeige halt gerne, was ich habe. Ich weiß, ich bin Mutti von zwei Kindern. Und normalerweise hat man sich nicht so zu verhalten. Und man hat auch nicht solche Bilder zu posten, wo man die Brüste bis nach oben gedrückt hat. Was ich übrigens nicht getan habe. Ich habe einen bestimmten normalen BH an. Ich weiß auch nicht, warum es auf diesem Bild so krass aussieht. Aber es war auf jeden Fall nicht beabsichtigt, sondern ich fand das Bild im Ganzen schön und habe es gepostet. Und ich weiß, dass unglaublich viele dagegen sind. Dass wenn man Mutti ist, dass man einen kurzen Rock anzieht mit einer Strumpfhose, die ein bisschen aufreizender ist. Oder vielleicht ist auch das schon ein bisschen zu viel. Ausschnitt geht sowieso gar nicht. Baufrei, so eine Sache. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich damit echt wohlfühle und dass ich es gerne anziehe und ich stehe vor dem Spiegel und sage, ja, so kann ich heute rausgehen. So, meine Kinder finden es auch nicht schlimm. Es hat mir noch nie irgendjemand im privaten Dasein, nicht mal meine Mutti hat gesagt, äh, ne? Sondern, ähm, ich war schon immer so. Ich weiß nicht, die Leute, die mich schon länger verfolgen, die wissen noch von damals die Zeit, als ich nach Berlin gezogen bin und, und, als ich bei Berlin ja von Nacht angefangen habe. Da war ich auch schon so. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mein altes Ich irgendwie wiedergefunden habe. So diese Extensions, die blonden Haare, die Wimpern-Extensions. Gut, ich trage heute auch wieder Fake-Lashes. Aber ihr wisst, was ich meine, das war halt nie wirklich ich. Ich habe immer versucht, irgendwie so zu sein wie jemand anderes. Weil derjenige erfolgreicher war. Also, ich habe nie versucht, ich selber zu sein oder, ja, schwierig zu erklären. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Holla die Waldfee. Was für Möpse. Also, wirklich, jeder zweite Kommentar geht da irgendwie über meine Brüste. Leute, habt ihr noch nie Brüste gesehen? Also, ich meine, es gibt weitaus andere Accounts mit krasserem Ausschnitt und, ähm, wo man echt mehr sehen kann, als bei mir, auch bei meinem Top. Ach, ich kann, ich kann euch ja teilweise verstehen. Ich kann echt verstehen, dass dann Leute das aufregt, aber dann scrollt weiter oder entlikt mich, weil ich kann nicht damit aufhören. Ich mag es gerade aktuell, solche Bilder zu posten und das ist nicht mal eins der schlimmen Bilder. Der schlimmen Bilder, sondern ich mache gerne auch Bilder, die etwas erotischer sind. Unter dem Bild werde ich jetzt auch, äh, glaube ich, die Kommentare ausschalten, weil es teilweise echt unter die Gürtellinie geht. Ich habe gemachte Brüste. Ich bin Mutti. Ich werde 28. Und ich fühle mich verdammt wohl damit. Und ich möchte es gerne auch zeigen, denn ich glaube, ich habe mich schon lange nicht mehr so krass wohlgefühlt, wie ich es jetzt tue. Und, ja, ich glaube, es gibt einfach unglaublich viele Muttis, was auch kein Vorwurf werden soll. Was auch kein Vorwurf werden soll. Aber, ähm, es gibt unglaublich viele Muttis, die werden Mutti und, ähm, die sind halt eben nicht mehr, oder fühlen sich halt einfach nicht mehr sexy. Und zeigen es auch nicht mehr so und schneiden sich alles bis nach oben zu. Keiner kann mehr irgendwas sehen und, ähm, kurze Röcke sind billig, Ausschnitt zeigen, muss jetzt auch nicht sein. Ich habe das nicht nötig. Ich kann das komplett nachvollziehen, aber das bin halt eben nicht ich, sondern ich finde das schön. Und, ähm, gestern hatte ich zu diesem Oberteil eigentlich auch noch einen kurzen Rock an, aber ich sitze gerade weitbeinig, das wäre ein bisschen blöd gewesen. Ich finde das halt schön, so. Und ich freue mich schon auf den Sommer, weil ich echt darauf hinarbeite, wieder baufrei tragen zu können. Ich habe Angst, das zu sagen. Dabei ist es eigentlich meine Meinung. Ich finde es schön, wenn man mir hinterher guckt. Schande über mein Haupt. Ich bin vergeben und zweifach Mutti und, äh, ja. Aber ich bin halt eben noch keine 80. Ich bin 28. So, und dann haben wir auch gleich mal das Thema, was eigentlich bei mir kein Shitstorm ausgelöst hat, sondern echt unglaublich viele positive Kommentare. Aber bei Henning gab es einen Megaschitstorm. Und zwar bin ich gerade aktuell sehr viel draußen alleine. Ohne meinen Mann, ohne meine Kinder unterwegs. Ich kann euch das ganz kurz erklären, wieso, weshalb, warum. Also, ich hatte in den ganzen Jahren davor einfach überhaupt keine richtige Freundschaft. Ich wusste nicht, mit wem ich irgendwie kommunizieren soll, mit wem ich reden sollte. Es gab so Mädchendinge, mit denen ich hatte mit niemandem zu reden, außer vielleicht meine Mutti oder Henning. Henning musste mit mir Weiberfilme sich angucken. Die ganzen Matthias Schweighöfer Filme, was du eigentlich mit einer Frau machst. Die ganzen Frauenserien, äh, Frauenkosmetikprodukte, sowas habe ich halt mit Henning ausprobiert. Ich habe niemanden wirklich gehabt, mit dem ich über Probleme reden konnte. Dann habe ich mich mit der Lisa wieder vertragen. Ich kenne sie jetzt schon seit 2011. Damals gab es einen riesen Streit. Dann haben wir uns auf ein Event wieder getroffen. Sie hat mich angesprochen, wir haben uns ausgequatscht. Wir haben uns beide Holz in den Arm genommen und es war alles wieder okay. Und dann habe ich auch noch zusätzlich eine Mama kennengelernt, die so alt ist wie ich. Die, ähm, auch zwei Kinder hat und, ähm, die mich vorher nicht mal kannte. Also, die weder die Serie Berlin Tag und Nacht kannte, die weder meinen YouTube-Kanal kannte noch, die hat nicht mal Instagram oder Facebook. Und wir haben uns so gut verstanden, dass wir das erste Mal weg waren. Wir waren das erste Mal zu dritt, nein, nicht, waren wir erst zu zweit feiern. Und es war so schön, es hat sich einfach wieder so angefühlt wie damals. Ich habe endlich jemanden, oder ich habe endlich mal wieder ein Privatleben, wenn ich das so aussprechen darf. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn du jemanden hast, du hast die Familie, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr genau wisst, was ich meine. Du hast Kinder, du hast, ähm, also deine eigene Familie, du hast deinen Partner und mit dem Partner machst du alles zusammen. Du gehst mit ihm einkaufen, du arbeitest mit ihm zusammen, du legst mit ihm zusammen, du schläfst mit ihm zusammen. Es gibt nichts anderes mehr außer dein Partner, deine Kinder und dein Job. Und wenn du dann aber jemanden findest, mit dem du rausgehen kannst, ist das einfach Gold wert. Und jetzt habe ich gerade die Phase, dass ich das Gefühl habe, ich muss all die Jahre irgendwie nachholen. Also ich weiß, dass es für viele unglaublich schwierig ist, das zu verstehen oder zu akzeptieren, weil sie ein ganz anderes Lebensgefühl haben, weil sie sich eine Beziehung oder eine Familie ganz, ganz anders vorstellen. Wir teilen halt nicht, glaube ich, die Einstellung einer Beziehung, wie andere es tun. Versteht ihr, was ich meine? Ihr müsst aufhören, glaube ich. Also ich glaube, die meisten Menschen, die solche Kommentare schreiben, müssen einfach aufhören, Menschen zu verurteilen, wegen irgendetwas, was sie selber nicht machen würden. Aber jeder Mensch ist anders. So, du musst nicht solche Bilder posten mit einem Ausschnitt, das erwartet auch keiner von dir. Wenn du es nicht machen willst, mach es nicht. Ich allerdings finde es schön und ich werde es weiterhin machen. Mir macht es Spaß. Love yourself und lass leben. Leben und leben lassen ist, glaube ich, der größte Erstick, den ich hier drunter setzen kann. Leben und leben lassen. Ich glaube, das war es, oder? Willst du dir noch irgendwas erzählen? Ich habe alles erzählt. Ich habe alles rausgelassen. Ich habe mich gerade fusselig geredet. Fühlst du dich jetzt frei? Ich fühle mich jetzt mega frei. Dieses Bild hat mich gerade so belastet. Ich dachte, die ersten Minuten dachte ich so, wow, schön, die Kommentare, alles positiv. Und dann wurde es immer negativer. Und ich dachte mir so, warum? Es sind doch nur Brüste, Leute. Ich bin auch schon wieder sehr gespannt auf die Kommentare jetzt von euch, um ehrlich zu sein. Aber ich bin durch die Jahre abgehärtet geworden. Damals habe ich mir echt alles zu Herzen genommen. Heute kann ich drüber lachen und sagen, oder lächeln, wenigstens lächeln. Ich kann lächeln darüber und sagen, wenn sie nicht gefällt, scroll weiter. Weil ich mache es doch auch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Schönen Sonntag noch euch. Was an den Wünschen? Bis zum nächsten Mal.